ja der tunnel ist eingestürzt wie in dem tunnel ist die decke eingestürzt aber die bahn waren doch noch waren doch noch oder ja da hat er recht im tunnel ist die decke runter gekommen ich habe gesehen wie ein schüler erwischt erwischt hat ich habe sofort eine rettungswagen gerufen aber zum glück waren die verletzungen nicht so schlimm schüler meinte außer ihm wären noch zwei drei andere im tunnel gewesen aber gefunden hat man niemanden sind die anderen wohl hoffentlich rechtzeitig geflüchtet ja oder in die dämonenwelt gekommen das ist forschungszentrum wusstest du dass es hier in der nähe von einem forschungsinstitut gibt sogar ein richtig großes krankenhaus der ist das soll da öfter mal der premier minister gesehen worden sein ob er krank ist man müsste mal gucken worauf die kriegen spezialisiert ist hier kannst du mich etwa sehen ein jack o lantern ich bin eine dimension sparte gefallen und mit mir hinten in den häusern hier aufgetaucht hier gibt es so viele menschen ich bin schnellstens zurück in tokyo ok wer bist du denn hatschen mir durch die stadt und reden mit fremden leuten das ist seitdem die dämonen angriffe überhand deshalb hat man uns losgeschickt die spezialeinheit es gibt auch ein paar zivilisten die mit uns zusammenarbeiten leute wie ihr die dämonen wahrnehmen können ach nicht jeder kann dämonen wahrnehmen oder wie ist das meine firma ist hier in der gegend umgezogen in sangen war es schön aber hier ist es auch nicht schlecht in sangen und ist aus einer anderen dimension was für ein schwachsinn schwachsinn die verschwörungstheorie ist ja die theorin glaubwürdig dass ein geheimbund viren verbreitet hat was da echt jetzt das glaubt doch keiner ich beweise am besten ein monster zum streicheln was kommt er denn mit dem wir wie kommt er denn jetzt auf viren hier sind aber viele leute zum belabern wir sind hier um den tunnel zu reparieren sie können ganz berühmt sein ach du gehst aus dem bettel dann kann ich dir sagen wir stehen hier wache falls noch mehr dämonen auftauchen ein unglück wird normalerweise nicht die armee mobilisiert hoffentlich kaufen uns die leute das ab das badehaus ist mit echtem thermal wasser versorgt ist mein täglicher jungbrunnen hohoho ich habe Lust bis zum dem hügel hier in minato zu joggen talkshow dauergast die premierminister hat doch garantiert irgendwie dreck am stecken mit dem teufel wird er ja kaum im bundes stehen aber ich werde mich zum großen mitternachtstag mal umhören vorstellungen vielleicht mit teufel wird er nicht im bundes stehen aber mit gott und vielleicht ist das doch der teufel was weiß ich wir berichten schon wieder von dem mord in letzter zeit gibt es kaum noch was anderes der tokyo tower hey mein vater hat immer damit angegeben wie er persönlich die spitz des tokyo towers angestrichen hat lebt lange nicht mehr vor unserem haus konnten man den tower in der ferne sehen hat er jeden tag ganz selig hingeguckt vielleicht sollte ich das mit dem steuerkreuz steuern und nicht mit dem dialog stick dialog analog der josoji tempel ist einer der spirituellen kraftpunkte tokios es gab letztens einen artikel im mysteriösen des monats ich werde einen tempel den tempel wohl mal besuchen wie heißt du okkultismus fern schieber park schieber der mieter da waren wir ja überall der kanal war ich gebe ich noch mal durch den tunnel aber also könnte ich da rein theoretisch der kanal tunnel ok ich komme einfach auf der anderen seite raus ok gut bis im wohnheim sieht es sich ganz schön man ist das immer ein gelatsche sound so eil blablabla gateway so und so ich habe sound gelesen so und so eil blablabla gateway hier an der küsse muss wohl alles englisch den namen das taufer schrocken dich mit ihr zu treffen du sollst dich hinauf zum dach begeben ja das habe ich auch vor ihr das von alleine oder muss ich jetzt das wohnheim hoch latschen nee geht schon von alleine hey there thanks for coming worum geht es well it's about so hori i mean so hori itsukishima from school she's my friend probably the best friend i have it's just i think she's being bullied we used to be in lacrosse together she was such a great player but she had to quit last year after a big accident and that's when all this started äh aus welchem grund äh sag's dem lehrer oh the teacher said the faculty can't take action without something ironclad like evidence or statement and if she won't talk but no you're right i shouldn't give up i'll go talk to the teacher again tomorrow thanks for hearing me out i know things are crazy in tokyo right now but that's also why we need to fix these human problems too i'm glad we got to talk okay night night gute nacht es ist immer noch merkwürdig wieder in tokyo zu sein was denn jetzt los was denn yes compiling data on the proto fiend previously und discover data located analyzing analysis complete looks like we are picking up traces of our target the corrupted areas have also been properly restored rebooting augami okay wieso machen ist das so komisch die flüssigkeit und so ein zeug detectives barter spiel sprung m sprung Hilfe lauft. Sagt doch, die sehen sich wohl ähnlich. Das ist der Bruder von dem Premierminister. Wie es aussieht. Sieht eher aus wie ein Klon oder so. Sagt doch, die sehen sich voll eine Kanne ähnlich. Ich bin schon wieder in die Schule. Hey, bist du da? Ich habe gerade von dem Direktor gesagt, die Dämonen sind überall in Tokio. Okay. Okay, dann holen wir mal. Nicht zur Schule. Heute nicht. Wo ist denn dieser Tempel? Mit dir habe ich noch nicht geredet da hinten. Wer bist du denn? Ah, du trägst ein Juin-Schuluniform. Hier gibt es ja einen ganzen Haufen Oberschulen. Aber heute von der Juin... Leute von der Juin trifft man nur selten. Wohnheim und der Bahnhof liegen hier auf der anderen Seite. Also kommt hier wohl nicht oft hier her. Hör mal, willst du vielleicht irgendwo mit mir einen Kaffee trinken oder so? Hä? Ich habe gerade keine Zeit für die Scheiße. Wo ist denn dieser Tempel? Da ist der Tempel nicht. Zum Glück habe ich aufgepasst, wo alles ist. Deswegen weiß ich auch, wo der Tempel ist. Ah, da ist er. In Shiba. Ich muss hier also kommen. Was für ein Mist. Ich verstehe sicherlich, wie du es so sehen kannst. Aber mach keinen Fehler. Wir kämpfen, um deine Haus zu beschützen. Also ich will, alles, was ich kann, um dir zu unterstützen. Dann lass uns unseren Weg nach Jozoji machen. Aber bevor wir rauskommen, ich entdecke die Presence of a powerful Demon in that direction. Ach, schon wieder. Ich sage, wir vorbereiten, bevor wir noch weitergehen. Okay. Der Jozoji-Tempel ist momentan nicht zugänglich. Oh, du gehörst zu Bethel? Ich weiß Bescheid. Dann darfst du durch. Kann ich eigentlich schnell sein? Nein. ZR macht nix. Der Jozoji-Tempel ist momentan nicht zugänglich. Oh, du gehörst zu Bethel? Ja, okay. Genau dasselbe Käse. Glaube ich. Ich habe das nicht ganz gelesen. Ich gehe nochmal kurz... ...feichern. Nehme ich zum Forschungszentrum, wenn ich darf. Wer seid ihr denn? Sind wir ja-Headset auf? Der Dämon, der das Parlamentsgebäude in der Dämonwelt angegriffen hat, wurde von einem Menschen begleitet. Was für ein Mensch würde so etwas tun? Japanische Dependence Bethels ist nicht sehr geschlagkräftig. Wenn wir hier angegriffen werden, dann ist es aus. Passt du auch gut auf dich auf. Ob es normal ist, dass der Direktor von Bethel Gleitzeiger auch Premierminister ist? Nein, keinesweges. Es gibt nicht so viele Personen, die diese beiden äußerst anspruchsvollen Positionen die Leisterge ausfüllen können, aber Direktor Kushi-Mizu ist eine davon. Einfach alles unglücklich liegt jetzt 18 Jahre zurück. Damals erschien in Tokio plötzlich die Dämonenwelt, die wir heute da atmen. In der Schlacht mit den Dämonen her verloren Japan den Schutz seiner berühmten Myriaden-Götter. Wir hatten keine andere Wahl als Bethel, um Unterstützung zu suchen. Direktor Kushi-Mizu konnte sich als Premierminister unserer Unabhängigkeit einsetzen, sonst wären wir mit Sicherheit komplett von der Bethel-Zentrale geschluckt worden. Bei der panischen Dependence sind viele nicht gut auf Erzengel Abdel zu sprechen. Es ist schon verständlich, dass Abdel die Kommandantin der Schlacht der Armageddon jetzt hier bei uns koordiniert, weil die Dämonenwelt nun einmal von Tokio in unsere Welt durchgebrochen ist. Sie mischt sich auch extrem in unsere Tagesgeschäfts ein. Dabei fehlt ihr völlig das Verständnis für unsere japanische Denkweise. Speichern! Erstmal muss ich heilen. Nach dem Kampf letztes Mal, nein. Will ich fusionieren? Mal schauen. Deshalb wird der Mond vom Schatten des Todes verborgen. Weißt du? Der Stand normalerweise nicht da, ne? Was kann ich denn fusionieren? Nix Gutes. Thoth. Ist einfach ein Affe. Mit einem Buch. Der Crossed. Wen brauche ich denn dafür? Einen Apsaras und einen Bereth. Oder ein Aten und ein Kiku. Wie Hime. Ich könnte mir einen Xuan Buu machen. Oder einen Oni. Oni hauen voll rein. Das brauche ich denn für einen Oni. Ein Barathon, McCoy oder Kikori, Hime und See und Frau. Ähm. Aber ich würde sagen, wo ist der noch besser als der Oni? Oder mach ich mir einen Xuan Buu? Was kannst du? Xuan Buu, Eisatem. Hm. Was brauche ich für dich? Barath und Viecher. Wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben. Ich wollte eigentlich sowieso nur speichern. Und dann war ich am überlegen, ob ich erstmal aufhöre. Aber ich glaube, ich gehe mal gucken, was da los ist. Und dann... Erstmal extra hier hin muss zum Speichern. Wie dumm ist das? Okay, dann gehen wir zum Yu-Zoji-Tempel. Und gucken da mal, was da los ist. Ich wollte hier so ein mächtiger Dämon sein. Ich war wahrscheinlich direkt im Bosskampf wieder. Was ist denn hier los? Roter Himmel. Sowohl Dämonen, als auch Engel. Heute, Tempel. Ist am Brennen. Das ist Goko. Oder? Wir kennen uns schon. Wir haben uns investiert bei Bethel, um zu beheren. Aber es ist noch ein ganzes Angriff von Dämonen von Chaos, hat die Barriere geschlossen. Bethel hat mich been unterstützt, um die Dämonen zu bewerben. Aber sie haben schweren Verhandlung durchgehalten. Nicht nur das, aber die Dämonen zeigen keinen Signum des Abstandes. Soon, Tokio wird ein Krisen geschlossen. I can only ask that you might stand with me. Was zur Hölle? The next wave of foes draws near. Please demonstrate the extent of your power. Incoming. Okay. Ja oder was kommt da jetzt? Ihr seid nicht zu stark. Was für Level habt ihr? Labdor. Lamia. Mach mal Matzio um mal zu schauen was eure Schwäche ist. Okay der ist nicht so geil. Dann mach mal Zanma. Wahrscheinlich nicht auf die fliegenden Viecher. Erstmal auf die Lamia. Okay das mag die nicht. Zio war nicht so geil. Deswegen mach mal Hammer. Zio ist ne kackige Idee. Deswegen mach ich mal Aromasa. Ja. Ja. Ich weiß glaub ich nicht. Also ich glaub nicht dass ich mit den Dämonen verhandeln kann. Deswegen hab ich auch erst mal gar nicht ausprobiert. Sanma. Was war deine Schwäche? Ich glaub Bufu war es. Ist aber trotzdem schon tot. Äh mach mal Media. Und du machst mal Ragi. Da schmücken sie auch Wind nicht. Aromasa. Da kann ich mit euch reden. Talk. Spricht den Dämonen an. Bedeutet der Dämonen hat keine Absicht hier zuzuhören. Ja. Das war mir klar. Ja. Das war mir klar. Ich mach mal Zander. Ich hab mir schwach dagegen. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Äh. Mach nochmal Media. Und mach Marzan. Oder? Ach lieber Agilau. Das wird wahrscheinlich sehr wehtun. Nicht töten. Aber wehtun. Das dürfte aber töten. Noch mehr. Was zur Hölle. Wer bist du denn? Endlich. Lamo. Ja das wird unser Bosskampf erstmal gar nicht sein. länger. I must be seated. Glatted. On the humans Magatsuhi. And what have we here. I believe I have found a fine appetizer. I crave sweet Magatsuhi human. And I declare you my first meal. Ich denk mir am Hammer wird dir nicht gefallen. So wie du aussiehst. Werd ihr zu Bethel. Gilt euch meine Rache. Da ihr wagtet mich König Lamu zu bannen. Gib mir dein Magatsuhi. Ich will es verschlingen. Du kannst mein Magatsuhi gerne haben. Du Penner. Jetzt mal einmal Onassa. Ich konnte nochmal Hammer. Ich glaub Amino Uzume. Okay so stark ist das wie nicht. Was für ein Level bist du? Mach mal Zanma. Level 23. Okay. Okay er mag Zanma nicht. Oder Zan. Mach mal Hammer. Wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Auch schwach. Oder war er. Ja. Zanma war. Ne. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. War Zanma. Also hatte er eine Schwäche gegen. Ah genau. Jeder resistet der gegen. Ich weiß nicht mehr ob er eine Schwäche gegen hat. Ja. Das war's. Das war ja sicherlich. Das war ja sicherlich. Das war ja sicherlich. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Oder das war nicht der Boss. Aber es. So wieder geschwommen ist. Insekten. Without my true power. You are too large a meal for me to consume. If I had reclaimed even a fraction of my former glory. You would have been nothing to me. But what is this? There you are. Is she who called to me. She who sought my power. Her soul must be my other half. The missing piece I've been searching for. Wahrscheinlich das Mädchen. Das gebullied wurde. Ich hab ihren Namen mal vergessen. Weil er so kompliziert war. What? Where did that foul demon run off to? We've got a crisis. The demons that broke through the barrier are raiding the school. No doubt Lamu had the same destination in mind. Wir kommen sofort zur Schule. Please. Dazza and I need help evacuating the students. I know this temple isn't the only place threatened. You go after the demon. I'll keep watch here. So. They are targeting Joine High School after all. So. 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 When. So. But the drawing palette. So. Begon. So. So. Now cause. So. As erteile. So. warte du hast was neues zu erzählen ein dämonen nein du hast auch so besser oder ich bin etwas nervös wir unterstehen direkt den premier minister so mission ist das bekämpfen von dämonen wir haben die spezielle sonnenbrillen hier durch die kann nicht das proto scheu soll neben dir sehen also die können alle die dämonen nicht sehen wird ist also der josoji tempel abgeriegelt sagt bloß gab es da etwa schon wieder ein mord ja kann man so sagen zu ihnen oberschule die go einer der 72 dämonen im könig salomons ars goethe was erscheint als ritter ok sind wir zur schule gefolgt ok ist das ein dungeon oder wie engel und irgend jemand du hast solche angst können die mich eigentlich sehen und erkennen du bist von der japanischen dependanz oder ich beschütze hier die schüler die es nach draußen geschafft haben kümmere dich du um die dämonen im schulgebäude und rette die schüler die noch drin sind aber wenn es nicht möglich ist die schüler zu retten dann vernichte sie somit den dämonen was solltest du den grund dafür verstehen was ne verstehe ich nicht dann sind wir schüler aber wir sollen wir nur gegen diese monster ausrichten sie hat sich in ein monster verwandelt man ich habe so ein schiss was also die menschen verwandeln sich in dämonen oder was also die schüler verwandeln sich in dämonen und ich muss die schüler töten oder was nee in die an mehr Wir müssen den Sauri retten. Ja, ihr sterbt erstmal als erstes. Ja, hab ich auch gesagt, dass sie sterben werden. Oh nein. Oh nein. Was zur Hölle? Ist sie jetzt vereint mit ihm oder tut? We have to put him down fast. 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 We have to put him down fast.